moin moin ja hier die tabak pflanzen jetzt nach vier wochen sind schon eine ganze ecke wieder gewachsen und ja hier der rosenkohl und die kleineren tabak pflanzen die nachgekommen sind ja und hier habe ich heute schon mal gebastelt das wird dann meine cigarello kleine zigarren presse werden nachher wenn der tabak dann soweit ist mit ganzen blättern und deswegen werden die dann gepresst von mir da ich ganze blätter verwende und kein feinschnitt ja dann bis nächste woche